Hallihallo Herr Löhme, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurern und heute geht es um das Thema Fülldraht schweißen. Er hat seinen Einsatz verpackt. Fülldraht schweißen. Okay, dann legen wir mal los. Was müssen wir an sich tun, dass wir Fülldraht schweißen können? Wir haben das noch nie gemacht, also nagelt uns nicht fest oder schweißt uns fest. Aber das wird so eine Sache werden. Also, wir haben von GUS ein Gerät, Multipearl 200-2. Also, falls es irgendjemanden interessiert. So, die Werbung haben wir gut untergebracht, jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter, genau. Also, mit dem Gerät kann man ein normales Draht schweißen, also mag schweißen. Da ist ein normaler Draht drin, einfach ein Draht. Aber wenn man den verwendet, braucht man zusätzlich noch ein Gas und das Gas haben wir nicht. Schutzgas. Genau, Schutzgas. Und deswegen machen wir das mit dem Fülldraht. Der ist so ausgebaut, da ist außenrum eine Hülle aus Stahl. Das ist das, was wir dann später verschweißen. Und in der Mitte ist irgendein anderes Material, was dann verdampft und eine kleine Gaswolke ausbildet. Und die hält den Sauerstoff von der Schweißstelle weg, sodass es dann eine saubere Naht geht und nicht, dass der Sauerstoff das zerstört. So eine Gaswolke ist es super mega heiß hier drin. Das hält auch kein Mensch aus. Also wir haben schon etwas Wärme hier, so 25 Grad und das ist in einem Container ungefähr 50 Grad. Wir gucken auch mal, wie lange die Kamera durchhält. Aber für mich ist das, du darfst ja dann nachher in den Pulli schlüpfen. Ja, das freut mich schon. Und hier und Haltstuch und dann Schweißen. Nicht Schweißen, das ist so kalt. Das wird bestimmt ein Spaß. Und ein Superhelden, genau. Aber wir haben keine Zeit, wenn der Winter kommt, müssen wir irgendwie fertig sein. So. Genau. Also was wir schon vorbereitet haben ist, wir haben hier schon mal, das könnt ihr einmal schauen. So, komm doch einmal nach vorne. Ja, nicht fliegen. Ja, genau. Das meine ich. Das ist immer ganz schwierig. Wir haben hier schon mal den Fülldraht eingefüllt. Und der wird über so eine Schraube fixiert und dann halt eben nach innen reingesteckt. Das ist wirklich nicht schwierig. Das ist der Aufsatz, der dann davor kommt. Und der Fülldraht wird dann eben hier durchgeführt. Und man kann das dann sehen, wenn nicht alles rumliegen würde, würde dann da auch wieder rauskommen. Von dort geht er dann hier in diese Öffnung bei unserem Schlauch. Einmal durch das ganze Gerät hier durch. Und endet dann hier vorne an der Schweißpistole. Und da ist noch eine Sache ganz wichtig. Genau, weil man kann ja hier mit normalem Draht schweißen und mit Fülldraht. Und für den normalen, standardmäßig ist so eine Düse drauf. Da musst du nochmal bleiben. Also, ihr habt verschiedene Düsen. Ihr habt verschiedene Düsen, was du da sehen kannst. Und es geht aber um diese Düse hier. Genau, die muss da drauf. Und wenn man die falsche nimmt, kann es überhitzen und das ganze Gerät kaputt machen. Das ist eben nicht so gut. Das solltet ihr sein lassen. Und man hat hier dann noch den Aufsatz, der kommt dann ganz zum Schluss drauf. Und damit könnt ihr dann speisen. Genau. So die Theorie, was wir in einem kleinen Kurs von unserem Güßmann gelernt bekommen haben. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das in die Tat umsetzen. Ja, leg mal los. Meines Erachtens, halt mal das. Ja, ich halte mal das. Dann bauen wir erstmal das hier an. 25 Millimeter im Quadrat heißt das. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, passiert das schon mal Pssst. Zum Glück noch nicht. Ich bin mir erschrocken. Wenn das Pssst, wenn was passieren könnte, hätte ich sie auch nicht in die Hand gegeben. Ja, das mag wohl sein, aber man weiß das halt nicht. So, also das dran. Und dann brauchen wir unser Multitool hier noch. Aber wir sollen nämlich am Anfang die Düse noch einmal runter machen. Ja. Warte mal. Ich muss hier mal kurz die Kabel entfernen. Nicht, dass ich das aufdrehe. Genau, den hier. Mikro überträgt. Einmal nochmal runter machen. Ach so, da geht nicht das Ganze. Nicht das Ganze, nur die vorderste Spitze. Aha. Das kannst du nochmal zeigen. Also, nur die vorderste Spitze, nicht das ganze Ding. Also ich hätte das komplette Ding da gebaut. So, und jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Jetzt könntet ihr einmal, oder kannst du einmal herkommen. Ja, du könntest einmal herkommen. Und da so. Ja, da so. Da so reinsteigen. Dazu, so reinzeigen. So, jetzt müssen wir das da einmal rausnehmen. Und das hier vorn. Ja, der macht sich sonst schon selbstständig. Haben wir deine Zange? Ne, wir haben keine Zange, weil ich halte gerade das Ding. Die muss hier dieses Ding halten. Jetzt schneiden wir den vorderen Draht ab, sodass er jetzt erstmal wirklich gut durchzuführen ist. Wir haben zwar immer noch keine Ahnung, wo wir ihn durchführen müssen. Aha, da hinten ist so eine Feder und da soll er durch und am besten oben drüber durchrutschen. Ah ja, das ist ein bisschen ein bisschen, also ihr müsst gucken, dass es eben von oben nicht runterrutscht, dass es einmal durchbringt. Dann habt ihr hier ein Führungsrad, über dieses Führungsrad sollte es drüber gehen und dann eben in dieses Kupferteil, das war es gar nicht so leicht. War ich das jetzt? Nein, warte, schieben, 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 schieben. Mhm, okay, warte, jetzt? Jetzt, jetzt geht's doch. Ja, jetzt geht's doch, okay. So, jetzt müsste es an sich irgendwann... Warte mal, nee, wir sollen jetzt einmal hier, müssen wir das zuklappen. Ja, das müsste man zuklappen und dann irgendwie auf eine gewisse... Genau, so. Und jetzt müsste man, müsste man... Ja, dann muss man... Wir müssen es anschließen. Warte mal, wir müssen auf die Quadrat einstellen. Also, Janir, komm mal, da gibt's nochmal so eine Nummer, die ist hier, da kannst du mal ganz nah machen und dann kann man mal sehen, also hier ist 3, 4, 5 und weiß der Geier nicht. Was diese Nummern zu bedeuten haben, wir haben keine Ahnung, aber ich denke, man muss es auf irgendetwas einstellen, dass es nicht zu schnell geht. Wir hatten auf 2 Meter, hatten wir gesagt, muss man gehen. Also, 2 Meter soll es in der Minute rausrutschen. Also, stellen wir mal aufs Oberste und gucken dann, wie die ganze Sache weitergeht. Also, man kann bis zu 6 Meter die Sekunde anscheinend... Minute, Minute, nicht... Ja, 6 Meter die Minute und dann kommt so und so viel Fülldraht vorne raus und dann wird natürlich die Schweißnaht dementsprechend, denke ich, größer. Und der Fachmann hat aber gesagt, 2 Meter, hat aber nicht gesagt, wo man das einstellt. Deswegen, das war wahrscheinlich komplett klar, meine Vermutung ist, es könnte diese Schraube sein. Aber wir sind uns nicht ganz sicher. Wir schauen uns später nochmal das Display dazu an. Ja, und jetzt sollte hier ein Draht rauskommen, da kommt aber... Ja, wir haben auch noch den Stecker in der Hand. Ich glaube, wir brauchen erst noch Strom. Strom. Okay, also soll ich mal Strom nehmen? So, dann stecken wir mal den Stecker in die Steckdose. Dann werden wir mal gucken, was hier so passiert. Ein. Ein. Aha, es klappt. Ja. Oh, das ist aber ganz schön laut. Da denke ich, dann müssen wir unser Mikrofon doch mal wieder hierher holen. Wenn das nicht mehr fest ist. Was passiert, wenn wir da jetzt was machen? Also als erstes Mal, denke ich, müssen wir auf Fülldraht. Genau, also wir gehen im Menü, gehen wir jetzt erstmal auf Fülldraht. Man merkt, total professionell. Wir haben ja richtig Ahnung davon. Wir haben echt 0,0 Plan. Ah. Aha. Aber es ist schon mal leise geworden. Das ist schön, ne? Es ist nicht nur heiß, es ist auch noch mixenergierig. Jetzt können wir mal probieren, ob da jetzt schon was passiert. Ah ja. Okay. Jetzt ist es. Der Motor läuft, der Motor läuft. Er ist ja schon mal am Anfang. Ich hoffe, da passiert was. Also es kommt da kein Drahtstau. Deswegen scheint der irgendwo hinzulaufen, der Draht. Ja, aber das ist wohl ganz schön, das dauert ganz schön lange. Das ist wohl ganz schön lange, ne? Mhm. Also ich hätte gedacht, da muss früher was kommen. Wir warten noch auf den Draht. Also ich spüre aber, da kommt irgendwas. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Aber da ist er weg. Also irgendwo muss er sein. Ja, jetzt er rudert er. Also hier spürt man ihn. Jetzt müsste er irgendwann kommen. Mhm, jetzt spürt man hier auch was. Ja, jetzt wird es da auch, ja? Also ich denke, es müsste ein Draht kommen. Also nicht verzagen, auf den Draht warten. Ja. Tada. Da ist er, der Draht. Den hätten wir. So, und jetzt brauchen wir die, diese. Nee, 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 die Kleine. Die Kleine, ja. Hätte er wieder verkehrt gemacht. Hätte er wieder verkehrt gemacht. Dann ist jetzt da drauf. So. Ja, das ist ganz schön starr unser Draht. Das ist ganz schön starr unser Draht. Boah, man schwitzt wie eine Sau. Mit dem ist Kleine, genau. So, einmal ein bisschen zu. Das reicht. Und dann müssen wir, wird es aufgedreht oder aufgeschoben? Aufgesteckt eigentlich. Oder man kann es auch drehen. Mhm. Aber letztendlich ist es. Das ist, das ist aber auch wirklich ganz, ganz leicht. So. So, okay. Das hätten wir. Jetzt seht ihr praktisch, dass hier der Draht so ein bisschen rauskommt. Und das ist auch gut so. Mhm. Und jetzt müssen wir uns das Display, glaube ich, mal angucken hier, ne? Ja. Genie, komm mal, jetzt gucken wir uns das Display an. Also, wieder mal für Anfänger. So, wir machen das mal kurz sauber. Weil es sieht natürlich aus ohne Ende. So, also. Wir haben jetzt mit. Aber das wollen wir ja gar nicht. Doch, mit ist schon richtig. Also, mit ist es ja beides. Es gibt nur einmal mit Schutzgas und einmal mit ohne Schutzgas. Und wo siehst du jetzt ohne Schutzgas? Das müssen wir uns nochmal genau angucken, ob das richtig ist. Aber dieses, also es gibt manuell und finde der G-Tick. Ja, da steht jetzt aber A-R-C-U-2. Okay, ja. Dann müssen wir uns das nochmal, nochmal kurz. Ja, ich nehme mal kurz. Dann haben wir ihn immer nochmal in die Anleitung. Ja. Ich glaube nicht mal kurz. Nachdem wir unseren Telefonjoker angerufen hatten, konnten wir wenigstens das richtige Programm finden. Denn am Anfang, ja, da waren unsere Einstellungen, unsere Parameter bei weitem nicht perfekt. Und genau deswegen konnten wir auch keine Schweißneid hinbekommen. Ja, weil man ja beim Schweißen nicht nass sein soll. Und wir mussten jetzt aber nochmal die Ränder außenrum eben vom Lack befreien, sodass wir auch wirklich, ja, schweißen können. Weil es muss immer ohne Lack sein, also blanker Stahl. Ansonsten kann man ihn nicht zusammenschweißen. Aber das sind jetzt mal kurz die Kleidungsstücke von Franz. Und die sind einfach komplett patschnass. Also von daher gesehen würde ich mal sagen, das können wir schon mal nicht zum Schweißen anziehen. Aber jetzt geht es rein. Dann installieren wir kurz die Kamera. Dann geht es los. Na, jetzt geht es mal an Schweißen. Und wir probieren, ob das auch so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt nochmal zwei Sachen rausgefunden. Was haben wir denn rausgefunden? Also in dem Menü gibt es noch verschiedene Einstellungen. Das hatten wir vorher nicht. Wir haben jetzt den richtigen Draht, also wirklich auch Fülldrahtschweißen eingestellt. Und auch die richtige Drahtdicke, dass es jetzt wirklich so passt. Und auch die Materialstärke haben wir noch richtig eingestellt. Was schon mal ein Vorteil ist. Denk auch. Definitiv. So, dann legen wir trotzdem mal los. Am Schluss erzählen wir dann nochmal, wie man das alles macht. Aber jetzt, wir sind einfach heiß wie Frittenfett. Es soll losgehen. Mach schon mal, mach schon mal. Ich unterhalte mich hier weiter. Wir haben extra ein bisschen abgedunkelt, dass man auch die Lichtblitze ordentlich sehen kann. Man merkt schon, Franz lässt sich ordentlich Zeit. Ich gehe mal hier ganz an die Ecke. Kann ich einfach? Ja, du kannst. Ja, ich schaue nicht hin. Okay. Ich sehe. Ah! Das wird richtig warm im Rücken. Fülldrahtschweißen. Also, was man ja ehrlich dazu sagen muss, das ist, dass man mit dem normalen, warum habe ich jetzt diesen Draht in der Hand? Achso, um nicht zu pieksen. Also, was man sagen muss, man kann ja hunderte Tutorials anschauen und die bringen ja einfach nichts. Also, man hat immer irgendwo so die Hälfte der Informationen. Und dann beginnt man und dann denkt man, oh Kacke. Es reicht immer, um ein gutes Gefühl zu haben. Jetzt kann ich loslegen. Dann steht man da. Also, der hat mir was gesagt. Ich glaube, das könnte klappen. Ja, ey, der Typ ist ein Meister und du bist ein Depp. Du hast das noch nie gemacht. Du hast 17 linke Hände. Also, wie will das klappen? Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich lege da trotzdem nochmal kurz auf die Seite. Von Pontius zu Pilatus. Ganz wichtig. So eine tolle Schürze, wo man normalerweise nur bei Massenmördern sieht, dass eben die Funken nicht auf den Körper eindringen, weil was wir hier schon sehen, wir haben lauter kleine Löcher. Und da sieht man auch schon die Sprengschel. Dann gibt es unterschiedliche Schweißhelme. Das ist ein Automatikhelm, also der lässt erstmal alles Licht durch und erst... Genau in dem Moment, wenn der Lichteinfall kommt von dem Lichtboden, also das Bogen, dass es so ultrahell wird, in dem Moment dunkelt er dann ab. Dunkelt er ab. Und sobald er wieder weg ist, ist es wieder ganz normal. Und das ist eben... Also, es gibt ja diese Billighelme auch. Erzähl das nochmal ganz kurz. Ich hole den dann gleich nebenher, weil wir haben ihn nämlich vergessen. Ist ja klar, professionell wie wir sind. Wie das auch ist, dass du sagst, du hörst auf zum Schweißen und dann kommt ja plötzlich, dass du es glühen siehst. Genau. Aber warum ist das so? Und ich hole mal kurz heran. Ich bin gerade wieder da. Mach das. Genau. Also, bei dem Helm ist es so... Ich lege den nochmal kurz her. Der hat hier oben so einen Lichtsensor und der stellt die Scheibe da unten drin, wo man durchguckt, die stellt ja immer automatisch auf die Helligkeit ein, die gerade da ist. Also, wenn normales Licht ist, es ist unverdunkelt und in dem Moment, wo ein heller Blitz oder Lichteinstrahl kommt, dann dunkelt er ab. Und er dunkelt so ab, dass man, wenn man jetzt normal, also wenn man am Schweißen ist, dann sieht man diesen Lichtbogen, dass man den genau nachverfolgen kann. Also, den sieht man dann gut, aber alles andere ist dunkel. Und es ist so dunkel, dass man zum Beispiel hellrot leuchtendes Stahl sieht man dadurch dann nicht. Also, in dem Moment ist es dann wirklich, man sieht nur den Lichtblitz. Und, ja, und halt die Spitze von dem, also alles, was dieser Lichtblitz anleuchtet. Und in dem Moment, wenn man aufhört zu schweißen, dann ist ja wieder weniger Licht da und dann dunkelter, also fährt er wieder runter und dann sieht man auch plötzlich, wo jetzt diese leuchtende Schweißnaht ist. Was wir ja auch noch jetzt, also bei den Billighelmen haben, also bei den Billighelmen machst du erst die Klappe auf, dann kannst du kurzfristig was sehen und dann machst du die Klappe, währenddessen du beginnst zu schweißen und währenddessen du den ersten Blitz im Auge hast, wo du dir die Augen verblitzen kannst, dann machst du zu, brauchst eine Hand dazu, bist dann nicht mehr ruhig beim Schweißen und dann hast du eigentlich schon alles verkackt. Also das funktioniert überhaupt nicht, also diese 14, 15 Euro Helme, die könnt ihr euch getrost einfach schenken. Also das war jetzt erstmal das von den Schweißhelmen, was man an den Schweißhelmen schon sieht, dass einige heiße Funken draufgesprüht sind und eben auch schon Verglühungen stattgefunden haben, deswegen gibt es immer Reservegläser, um das wieder auszutauschen, dass ihr die volle Sicht habt. Das sind auch bei Profi-Helmen mit dabei, das ist eben einer von Güst. Der hat noch einen lustigen Skeller da oben drauf, finde ich mega geil, das sieht auch noch gut aus. Man wirkt so, als könnte man etwas. Das finde ich, das ist immer sehr, sehr wichtig, ich lege ihn da mal ab. Also man muss ja auch irgendwie nach einem Profi aussehen. Aber kommen wir mal zum Schweißen selber. Also wir haben ja schon gezeigt, wie man die Rolle einlegt, wie man den Draht durchführt, wie er vorne rauskommt. Genau. Der erste Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist erstmal zwischen Diodenschweißen und diesem Fülldraht schweißen. Also Diodenschweißen, das haben wir ja auch irgendwie neu lernen dürfen. Fand ich jetzt schwieriger. War deutlich schwieriger. Also ich fand, es gibt zwei Punkte, die ein extremer Unterschied sind. Das ist erstens, hast du nicht so die Kontrolle, also du hast ja wie so eine lange Kerze und die brennt dann irgendwie ab. Ja genau. Und die geht ja immer wieder zurück. Genau, die hört immer ab. Und das heißt, du hast nie so ganz genau, welchen Punkt, wo bin ich gerade. Und du darfst ja nur, also du solltest ja von dem Punkt, wo du schweißen willst, zwei, drei Millimeter entfernt bleiben. Jetzt verschwindet aber diese Kerze und du musst dann praktisch schätzen und ran. Das ist ja ein bisschen wie Kopf reiben und über den Bauch schweigen. Das funktioniert ja auch nicht. Genau. Das am besten noch mit dem schwierigen Helm, dann ist man ziemlich verloren. Und ewig lang. Also das ist ja der Knaller. Beim Fülldraht schweißen sagt man die Vorteile, ich hole nochmal kurz. Genau. Einen anderen Nachteil noch. Also beim Schweißen insgesamt entsteht Schlacke. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber es ist irgendwie so ein krustiges Material, was auf der Schweißnaht drauf liegt und was man wegklopfen muss, was auf jeden Fall nicht hält. Und das ist extrem viel bei der Diode. Bei der Diode. Also was uns aufgefallen ist jetzt erstmal als absoluter Idiot, ist, wenn man Dioden schweißt, also die meisten tun die Diode erstmal so rein, weil sie wollen ja schreiben wie mit einem Stift. Das macht man schon mal nicht. Haben wir auch versucht. Das hat nicht so gut funktioniert. Sondern man klemmt da zeitlich ein und dann geht man langsam in den, was ist denn das für ein Winkel? Also 80 Grad, ja? Ja. 80 Grad Winkel drüber. Und jetzt müsste man über diese lange Strecke immer drei Millimeter drüber bleiben. Das ist der erste fette Lachteil, finde ich. Ja. Und ihr dürft es nicht zu weit, also da wo im Endeffekt die Wunderkerze beginnt, da dürft ihr nicht zu weit rein, weil dann habt ihr nämlich keinen Kontakt. Genau. Ist am Anfang auch passiert, hat auch niemand erklärt, konnte man im Endeffekt auch nicht wissen. Genau. Zwei Sachen da vielleicht noch ganz kurz zu. Das eine ist, wenn man anfängt zu schweißen, passiert es ganz oft, dass die festklebt. Also, dass man einen ganz kurzen Moment schweißt, dann verschmilzt die Diode mit dem Metall, auf das man schweißen will und hält einfach fest. Das passiert gar nichts mehr. Es entsteht ein geschlossener Stromkreislauf. Ja, genau. Und die ist da fest. Und dann muss man sie wieder so ab... Frei rütteln. Frei rütteln, bis sie wieder weg geht und dann nochmal versuchen. Deswegen muss man immer so ein bisschen hin und her wischen, dass sie nicht festkleben kann. Und ab und an ist es so, dass dann im Endeffekt nur noch die Umantelung da ist und nicht mehr der Draht. Also gibt es keinen kurzen mehr. Und schweißen bedeutet ja, dass man einen kurzen erzeugt, also einen Kurzschluss. Und dann muss man das wieder erst abzwicken, dass es dann wieder losgehen kann. Oder was auch ganz gut geht, mit dem Handschuh dann vorne hier so legen. Ja, oder abbrechen. Oder unterbröseln. Unterbröseln. Und dann geht es auch wieder. Aber ist schon echt tricky und man bekommt auch nicht so schöne Linien hin. Das ist auf jeden Fall klar. Bei der Pistole ist es so, dass sich die Schlacke vorne innen drin immer wieder ansammelt. Die muss man ausklopfen. Das wäre jetzt zum Beispiel mal wieder dran. Das kann man jetzt mal zeigen, was da alles rauskommt. Also das ist einiges. Und der Motor bringt den Draht, so wie ihr das eingestellt habt, in einem genauen Zyklus nach vorne raus. Das bedeutet, der ist immer exakt gleich. Also so wie die Diode schrumpft, gleicht es der Motor aus. Also das ist schon mal besser. Dann ist es ein Pistolengriff. Viel handlicher. Ja, also erstens ist der Licht besser in der Hand, finde ich. Also dass man besser fühlen kann. Und was ein immenser Vorteil ist, bei der Elektrode ist es so, dass die in dem Moment, wenn ich sie eingespannt habe, habe meine, also den anderen Pool quasi angeklemmt. Und in dem Moment, wo ich dann jetzt das Metall berühre, geht es los. Also ich habe keinen An- und Ausschalter. Also mein Schalter besteht darin, dass ich jetzt gegen Metall komme. Ja, genau. Das passiert hin und wieder, während man es noch gar nicht will. Und man kann vor allem auch nicht, jetzt vor allem mit so einem schlechten Helm, dass man das positioniert, dann auf Start drückt und dann geht es los. Sondern man muss weghalten. Ich finde, den schlechten Helm und das in Kombination, also nicht zu wissen, wann es losgeht und nichts zu sehen, was wir am Anfang hatten, das ist ja die finale Höchststrafe. Das ist ja absoluter Blindflug. Das ist wie wenn du sagst, also ich hänge mir jetzt ein schwarzes Tug vor die Augen und guck mal, ob ich irgendwie was hinbekomme. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Genau. Bei dem ist halt der Vorteil, ich kann wirklich an der Stelle, wo ich hin will, kann ich ansetzen und dann, wenn ich bereit bin, dann drücke ich auf den Taster und dann geht es los. Also exakt dann aber. Genau. Man kann auch, ich habe das tatsächlich hingekriegt, auch mit dem Filterrad es schaffen, dass er festklebt, ist aber schwierig. Ja, ist schwierig. Ja, wenn man ein Spezialist ist, ist man ein Spezialist und dann bringt man das natürlich auch hin. Genau. Das ist ja ganz klar. Aber normalerweise passiert das hier nicht. Ja. Jetzt, was immer wieder gezeigt wird in den ganzen Tutorials und was auch wirklich toll ist für alle Leute, die gut arbeiten und nicht von einem rumänischen Facharbeiter so ein Stahlhaus auf Rädern erhalten haben, ist, dass man sagt, also die Baumaterialien sind exakt geschnitten und die lege ich jetzt auf und da ist kein Spalt dazwischen, sondern ich ziehe eine Linie in dem Baumaterial und dann ist es auch wirklich perfekt. Das ist ja ein Wunschdenken. Ja. Also es gibt ja diese verschiedenen DIN-Normen und dann sagt man, ja und wenn es ein Zehntel Millimeter auseinander ist und wenn er nicht gerade gearbeitet hat, dann wird es weggeschmissen. Ja, das ist halt überall auf der Welt nicht so, aber halt in Deutschland und der Schweiz vielleicht und in Österreich und dann halt da. Und auch da nur in, was weiß ich, in Industriehallen oder wo halt die Produktion. Ja, aber wenn ich jetzt sage, also ich habe wirklich, jetzt habe ich nichts da, aber ich lege zwei Kanten direkt aufeinander, dann kann ich auch mit einem, also das ist ja normalerweise das MIG-Schweißen mit Schutzgas, das ist noch leichter, aber ich finde auch, dass das Fülldrahtschweißen, wenn man das einigermaßen sich angeeignet hat, da bekommt man auch eine einigermaßen schöne Naht, wir nicht, aber andere bestimmt, die bekommen auch eine schöne Naht hin. Also wir haben ja das MIG-Schweißen selber gar nicht probiert bisher, weil wir einfach keinen Schutzgas haben. Ja, aber da will ich ja schon mal drauf einhaken, ich meine, nicht jeder kann sich so eine Gasbuddel hinstellen und erstens ist es teuer, zweitens kannst du es nicht überall mit hinschleppen und drittens ist, also wir sind jetzt im middle of nowhere und woher möchten wir jetzt Schutzgas beziehen? Also das bedeutet, wenn ich mit meinem Expeditionsmobil unterwegs bin, sagen wir mal jetzt in Namibia und dann sage ich mal ganz kurz da draußen zu dem freundlichen Mitarbeiter einer Kakaoplantage, hätten sie vielleicht Schutzgas? Und dann sagt er, ja, ich denke in acht Ländern weiter. Das ist einfach nicht praktikabel. Also es gibt das bestimmt auch, aber du müsstest da hinkommen und wenn der Achse gebrochen ist, dann muss die halt einfach da gepflegt werden, wo du einfach gerade bist. Genau. Und ich finde auch jetzt, wenn man sagt, man ist mit so einem Expeditionsmobil unterwegs, hat sein Schweißgerät mit dabei, das ist jetzt auch schon nicht leicht, aber noch so, dass man es mitnehmen kann, aber jetzt noch zusätzlich Schutzgas mitzunehmen, da wird es dann wirklich schwierig, denke ich. Ja, da wird es auf jeden Fall haarig. Und ich finde, wenn man extrem unterwegs ist, dann musst du auch reparieren können und das zu jeder Zeit. Also das finde ich persönlich, das ist wichtig. Und wenn man jetzt sagt, also so wie wir es jetzt gesehen haben, es funktioniert ja. Es muss ja einfach nichts. Also so von dem, was die hilfreichen Tutorials im Internet gezeigt haben, von denen ja einige auch wirklich gut sind, nur eben ich sehe die Informationen immer noch fehlen. Ne, also wie gesagt, die sind ja perfekt für Leute, die es können. Ja. Aber wir sind halt absolute Hohlbirnen, die keine Ahnung von keinerlei Werkstoffen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass man es uns erklärt, als wären wir dreijährige Kinder. Genau. Aber demzufolge ist eigentlich der große Unterschied jetzt vom normalen Milchschweißen zu dem Schutzgasschweißen eigentlich nur, dass es ein bisschen mehr spritzt, ein bisschen mehr tropft und hin und wieder so ein bisschen so wegplatzt und wie so kleine Mini-Explosion. Ja, und dann braucht man, also da gibt es so extra Sprühflaschen, also so einen Trenner, den man dann aufträgt und dann kann man das auch mit der Schrubbscheibe wieder schnell wegmachen. Also diese Fehlspritzer, die dann weg sind, diese Sprenkel. Also das geht ja. Oder halt mit, äh, nicht mit einer Schrubbscheibe, sondern mit einer Drahtzopfbürste. Drahtzopfbürste, tolles Mann. So, jetzt, was haben wir rausgefunden und wo hat sich eigentlich das Problem ergeben, was uns sehr gut gelungen ist am Anfang? Das sind zwei Bauelemente zusammenschweißen, wenn die perfekt zusammenpassen. Wenn sie aufeinandertreffen wirklich, genau. Und da finde ich, da war es jetzt erstmal so, dass man vom Winkel her, also dass man praktisch in einem 70 bis 80 Grad Winkel auftrifft. Also mit dem... Das halten wir den Stift? Ja, genau. Das kann ich dir mal zeigen. Im Prinzip so. Genau, mit dem Fülldraht. Und man ist ca. 3 Millimeter entfernt und man macht dann, man macht dann praktisch diese Bewegungen, also so schwimmende Bewegungen. Also ein bisschen so, entweder so hin und her. Genau. Oder auch teilweise so ein bisschen vor und zurück, wenn sie nochmal dicker werden soll. Genau. Also wenn die Schweißnaht dicker werden soll. Also wichtig ist im Endeffekt, wie so kleine Wellen macht ihr, dadurch wird die Schweißnaht breiter, also dadurch wird sie stabiler und hat auch keine Lufteinschlüsse, was wichtig ist. Und wenn ihr die Schweißnaht nach unten runtergerüttelt habt und ganz zum Schluss, wenn es nicht durchbrennt, das Bauteil, das ist ganz wichtig, also durchbrennen, dann ist die Amperezahl immer zu hoch, also gibt es überhaupt keine Naht, ist die Amperezahl zu niedrig. Wussten wir auch nicht, musste man den irgendeiner Art lernen. Und ganz zum Schluss, also wenn ihr es runtergezogen habt, dann geht ihr nochmal ein Stückchen hoch, verschwimmt da drinnen und dann zieht ihr raus. Und dann ist die Schweißnaht wirklich exakt und identisch gleich wie oben. Und das ist natürlich für manche, die geilen sich ja da dran auf. Wenn wir auch, wenn wir so weit sind. Wenn wir so weit sind, geilen wir uns auch drauf auf und sagen, hey, guck mal, das ist eine gute Naht, ah, diese Naht, dies kann nicht. Man muss auch echt sagen, also wenn man so ein Stück, also ich habe ja jetzt noch nicht viel geschafft, was wirklich gut war. Ja, wir zeigen es auch nicht, weil sonst, da lacht wieder, jeder kommt nur Hate-Kommentare und da drauf stehen wir. Eigentlich mögen wir das auch, wenn wir uns die ganze Zeit fertig machen. Das ist super. Auf jeden Fall, wenn da mal so eine schöne Stückchen dabei war, dann hat man sich schon echt drüber gefreut, wenn das gut geworden ist. Ja, wenn das gut ausschaut. Ja, das ist echt, ich hänge die dann auch im Zimmer. Ich glaube, wir isolieren. An der Stelle dürfen wir nicht isolieren, weil dann sieht man sie nicht. Ne, ne, ja, ja. Und dann tropft das Wasser runter und dann rostet wieder alles. Das ist schön. Wir machen das mit so einem rumänischen Style. Ja, doch, das werden wir auch. Ne, jetzt aber Spaß beiseite, ab die Kante. Jetzt kommen wir wirklich zu dem Thema da, wo ich, ja, wie auch immer, von einem Guat-Malteken habe ich ein Guat-Malte-Kisches Video entdeckt. Und der hat beschrieben, wenn man jetzt zum Beispiel so einen absoluten Facharbeiter hatte, der eben die zwei Bauteile nicht zusammengebracht hat, sondern einen Spalt zwischen 5 Millimeter und 2 Zentimeter sogar hat, wie kann man die miteinander verbinden. Und das wollen wir natürlich jetzt auch mal in der Praxis aufzeigen. Und dazu hole ich noch mal kurz einen Auge. So, ich werfe das jetzt erstmal alles weg. Wir haben hier ein ganz professionelles Bauteil. Aha, jetzt bist du im Schatten. Jetzt bist du im Schatten, das ist ja kacke. Wir haben ja vorher gesagt, pass auf, dass du im Schatten bist. Ja, du musst es aber so halten. So, jetzt habe ich diese Schweißpistole. Und hier ist mein zweites Bauteil und das ist ungefähr 2,5 Zentimeter entfernt. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Techniken. Ich ziehe jetzt eine Schweißlinie hier rüber, lasse das abkühlen, ziehe die nächste Schweißlinie rüber, lasse das abkühlen, ziehe die nächste Schweißlinie rüber und lasse es wieder abkühlen. Also ich baue praktisch auf der Schweißlinie auf und baue im Endeffekt jetzt eine Pyramide, die zusammenwächst. Also auf der anderen Seite mache ich das jetzt genauso. Und dann schweißt sich das nach oben und dann kann ich es am Schluss, kann ich es dann miteinander verbinden. So, jetzt habe ich einen riesengroßen Spalt überwunden. Aber das ist noch nicht die, finde ich jetzt die beste Möglichkeit. Sondern es gibt eben auch diese Schweißdrähte, also fürs Mitschweißen. Und es gibt aber auch Schweißstangen, nennt man das. Die sind bis zu sechs Millimeter dick, gibt es die sogar. Okay. Und ja, cool, ne? Was ist das denn auch noch? Ja, ja. Hättest du mir auch gar nicht sagen können. Ja, die haben aber keine Schweißstangen, hätte ich dir gar nicht sagen müssen. Aber wir haben nämlich einen Schutzgasschweißdraht, den wir nicht nutzen können. Und jetzt können wir ihn trotzdem nutzen, eben für unser wahnsinnig gutes, schlecht eingebautes Fenster. Also, wenn man jetzt diese Fenster hat und da ist es jetzt so, diesen Zwischenraum. Ihr füllt den im Endeffekt mit dem Draht auf und dann schweißt ihr drüber. Das bedeutet, ihr gebt dem Ganzen einfach Fülle. Also, ihr braucht zusätzliches Material und dadurch könnt ihr das verschneller. Und genau das machen wir jetzt eben auch, weil wir haben ja hier jetzt so wunderbare Riesenspalte. So, und jetzt musst du mal kommen, Franz. Hallo? Genau. Jetzt musst du mal kommen und hältst du den mal fest, den Draht. Ja? Halt den mal fest. So. Jetzt, wie macht man das jetzt, wenn man mit so einem Fülldraht arbeitet und sagt, man möchte sein Containerfenster gut einbauen und will jetzt hier nicht an seinem Mikro die ganze Zeit rumpimmeln wie ein Ochse. So. Das bedeutet, ich mache einmal oben eine Punktschweißung. Also, ich tue den Draht oben einmal anschweißen. Brrrr. Dann tue ich ihn unten mal anschweißen. Brrrr. Ich tue ihn auf Thuin. Thuin, Thuin. Wir wollten mit Thuin wegreißen. Bumm. Wieder hier festschweißen, hier festschweißen und unten festschweißen. So. Jetzt habe ich erstmal die Füllmasse mir da reingeschweißt und dann gehe ich wieder mit meiner Wischtechnik. Also, ich wische dann einmal wieder von oben nach unten runter, sodass ich das Ganze dann auffülle. Und das geht viel schneller. Genau. Es gibt noch ein paar Finden dabei. Ja. Die Finden beschreiben wir jetzt. Genau. Das kann ich noch erzählen. Und zwar, Draht wird natürlich gerne auf Spulen geliefert. Das heißt, der ist immer leicht krumm. Wenn der jetzt natürlich krumm ist und ich halte den hier dran, dann muss ich den auf Spannung bringen. Also der... Deswegen bin ich auch auf diese Idee gekommen mit den Schweißstangen. Weil die Schweißstangen sind natürlich gerade und dadurch habt ihr dieses Thema nicht. Aber die sind natürlich auch viel teurer und das ist halt auch wirklich eine günstigere Alternative, die man auf jeden Fall nehmen kann. Genau. Das Problem durch die Spannung ist, wenn ich jetzt hier meinen Schweißpunkt setze, dann habe ich natürlich... Dann schmilzt ja auch dieser Draht. Und wenn der hier auf Spannung ist, in dem Moment, wenn er dann schmilzt, dann macht der so... Boing! Und ordnen wir nach vorne. Mit Soundeffekt. Wahnsinn. Mussten wir gar nicht einspielen, weil ich mache es nochmal. Boing! Und dann fliegt jetzt nach vorne. Das ist nicht so cool. Also deswegen ist es eigentlich so mit einem Handschuh, wie du es ja gemacht hast. Genau. Was ganz gut funktioniert hat dann ist, dass man mit der anderen Hand den immer so nachführt dann. Und dann kann man nicht... So rein streicht. Genau. Wenn es zu dick ist, und der schmilzt ja dann eh, dann kann man ihn auch ein bisschen nach... Ähnlich wie eine zweite Diode, dann kann man ihn auch ein bisschen nachschmelzen. Nachschmelzen. Nachstopfen, dass eben mehr schmilzt an der Stelle. Also man hat dann, wenn man es richtig ausdrücken möchte, man hat dann mehr Schmelzmasse. Genau. Und diese Schmelzmasse ist natürlich ideal, um ein großes Schmelzbett zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich finde, das ist bestimmt ein Neologismus, ein Wort Neuschöpfung. Das ist cool. Das ist das Wort des Jahres. Das ist das Wort des Jahres. Das ist egal. Ich hätte schon wieder so viele Sprüche im Kopf. Mein Gott. Da darf man zur Zeit alles nicht erzählen. Ich reiße mich zusammen. Heiko, reiß dich zusammen. Keine Witze. Keine Witze auf der Baustelle. Das ist schädlich. Da passieren Unfälle. Genau. Und dadurch kann man auch eben große Spalte ausfüllen. Jetzt gibt es natürlich bei den Containerfenstern selber, weil wir sind ja jetzt nicht nur beim Füllschweißen, sondern irgendwie wollten wir diese Teile da reinbringen, dass da nicht permanent das Wasser reinläuft und dass man an sich in irgendeiner Art und Weise da herin erseucht. Weil wir haben ja das ausgebaut, haben diese ganze Materialien rausgerissen und haben ja irgendwie gemerkt, okay, eine Badewanne ist jetzt auch nicht unser Ziel. Schon, aber nur da vorne im Bad. Genau. Da vorne im Bad. Ja. Würde man jetzt doch nicht erkennen, dass da vorne mal das Bad werden soll. Wir wüssten auch nicht, ob das in den nächsten 10 Jahren klappt. Es könnte auch sein, dass wir vielleicht erst 2045 loskommen, aber bis dahin hat man dann erfunden, dass man länger lebt. Dann haben wir eigentlich keine Zeit verpasst. Das stimmt. Das wäre ideal. Also, wenn hier irgendjemand draußen ist, der das Leben verlängern kann, bitte schneller erfinden, weil wir brauchen es, denn das Containerhaus dauert nämlich länger. So. Das ist aber jetzt, also beim Fenstereinbauen ist ja der Rahmen an sich das Wichtigste, um eine wirkliche Spritzwasserdichtigkeit oder Schlagregendichtigkeit hinzubekommen. Wahnsinn, das sind viele Wörter. Da ist ja der Hammer. Wo kommen die denn alle her und wer hat die überhaupt erfunden? Man weiß es nicht. Vielleicht kommen wir irgendwann mal in Uganda drauf. So. Wenn man das jetzt blickdicht verschweißt, verschwissen hat? Verschweißt hat? Ach, man hat es einfach verschissen. So. Man hat es einfach mal da unten dann so festgeschweißt, nenne ich das. Und von außen auch nochmal. Also gekontert. Dann ist es wirklich wasserdicht. Aber das reicht uns noch nicht. Sondern es gibt auch noch eine Karosserie-Dichtmasse. Die hält ungefähr, haben Sie gesagt gehabt, 128 Millionen Jahre. Und bleibt so ein bisschen flexibel und hält vor allem auch hohe Temperaturen aus. Ja. Weil wir haben nämlich gemerkt, wenn hier die Sonne drauf scheint, dann wird es richtig, richtig heiß. Und wenn dann eine Masse da drin ist, die wieder wegschmilzt, dann wird es nicht. Ja, hier kann sie Spiegeleier drauf machen. Also es kommt aus der Automobilbranche, wird vor allem bei Oldtimern verwendet. Wenn Schweißnähte gemacht wurden, dann werden die da eben nochmal nachgedichtet. Also nicht dichten, also dass man was dichtet. Abgedichtet. Sondern abgedichtet sozusagen. Und wenn die dann abgedichtet sind, dann ist das natürlich ideal, weil man sagt, okay, wenn die Schweißnaht irgendwo noch eine Porung hätte, könnte ein klein bisschen Wasser reinkommen. Da ist nämlich auch wieder dieses Thema mit dieser Schlacke. Also eine Schweißnaht, wenn man sie gerade gemacht hat, dann sieht sie super dicht aus. Eben. Aber es könnte sein, dass zum Beispiel ein Teil davon nicht wirklich Stahl ist, sondern eben dieses komische andere Grisselzeug. Schlackel. Dann fällt das mit der Zeit raus und zack, ist es dann an der Schule eben vielleicht auch nicht ganz dicht. Ganz dicht. Es ist jetzt nicht so haarig wie jetzt am Anfang. Ich meine, wenn du nur jetzt wie hier einmal hier einen Punkt hast, hier einen Punkt hast und hier einen Punkt hast, da läuft natürlich das Wasser Liederreise rein. Wenn mal ein Tropfen reinkommt, wirst du wahrscheinlich nicht sterben. Ja. Allerdings. Wenn wir jetzt die Fenster von außen mit einer Dreiecksleitung so reinsetzen und sie aussilikonieren und noch ein Gummidichtband einbauen, dann ist es halt so 100% dicht. Und das wollen wir auch erreichen. Das ist eben bei Containerhäusern. Wir haben uns sehr, sehr viele angeschaut und jedes einzelne Containerhaus war scheiße, um es mal auf gut Deutsch auszudrücken. Also wir wollen nicht irgendeinen Gerümpel, sondern wir wollen wirklich ein Schall und aber auch vollkommen isoliertes Haus, eben ein Energiesparhaus auf Rädern. Was wollen wir an sich erzeugen? Wir sind vielleicht nicht die hellsten Köpfe in Form von, dass wir jede einzelne Handwerkskunst schon mal vollends über drei Jahre gelernt haben oder vier. Geht in die Lehre, macht goldenes Handwerk, da könnt ihr ordentlich Geld verdienen, weil man sieht, wie lange man da dran hängt und man kann wirklich Geld damit verdienen. Aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir irgendwo als Survivler alles eigentlich selber können. Genau. Business Survival nenne ich das jetzt einfach mal. Und in diesem Bereich würde ich sagen, können wir das irgendwo hinbekommen? Wir sind uns nicht sicher. Ihr werdet auch noch in anderen Videos, werdet ihr auch noch sehen, wie wir die Fenster weiter mit einer Fensterlaibung einbauen, wie wir es abisolieren und und und. Aber allein so ein Fensterrahmen zu setzen, finde ich, hat definitiv zwei, drei, vier, fünf Videos verdienen, weil es einfach super kompliziert ist. Es ist einfach nicht einfach. Also es gibt Holzrahmen, die ausgeschnitten werden und die werden gekontert. Das wird aus Rubinie gemacht oder Douglasie und das hält im Schnitt zwischen zehn und vierzehn Jahre, je nachdem in welchem Witterungsgebiet man ist. So etwas, wenn man es richtig festgeschweißt hat und wenn man es mit Karosseriedichtmasse versiegelt hat, dann ist es an sich ewig. 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 Also für die nächsten hundert Jahre einfach, wenn du außen halt dein Lack pflegst. Das ist schon klar. Das ist klar. Aber ansonsten ist es an sich. Man sagt also Karosseriedichtmasse unterhalb vom Auto geht man immer von 30 bis 40 Jahren aus, dass er halten kann. Im Kfz meine ich, im Kfz in und drin. Und jetzt hier an den Stellen, wenn wir auch noch wirklich Isolation draufknallen, dann hält das echt ewig. Also da machen wir uns Karosser. In diesem Sinne, gibt es noch irgendwas zu sagen zu diesem ... Ja, schön, du hast ein Draht bekommen. Ich habe ein Draht. Ja, ich habe ein Draht. Ich habe ein Draht. Also ich denke, das war es eigentlich so ziemlich. Ja, ich denke, jetzt werden wir das mal machen und dann zeigen wir euch am Ende vielleicht nochmal, ob es geklappt hat. Ein kurzes Fazit. Ja. Oder irgendwas. Vielleicht ist uns noch irgendwas aufgefallen. Aber bis dato würde ich sagen, das ist unsere Taktik. Und die setzen wir jetzt innerhalb der nächsten 498 Tage durch. Und dann haben wir irgendwann die sieben Fenster, zwei Türen und ein Zusatzfenster plus eine Yachtluke eingebaut. Und ja. Dann machen wir halt mit dem nächsten Schritt weiter. Es kommt noch einiges an uns zu. Es kommt noch einiges an uns zu. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.